Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken, meine lieben Freunde. Nun mal ein Thema, was ja viele von uns nun beschäftigt. Der Content wirkt für den einen oder anderen mittlerweile ja sehr ausgelutscht einfach und es kommt einfach nichts Neues nach. Nun möchte ich euch hier einfach mal die Info bekannt geben, so wie es aussieht, verzögert sich das Ganze mit Patch 9.1 wohl doch noch. Ich hatte auch noch andere Infos schon gelesen, wo man davon ausgeht, dass es eventuell erst im Spätsommer 2021 rauskommen soll. Nun nehmen wir uns hier einfach mal den Bericht vor, den hier jetzt Buffett veröffentlicht hat. Und zwar wird am Ende Shadowlands Content gestrichen, Insider zeigen sich nämlich dort sehr besorgt. Ja, lesen wir einfach mal durch. Hört einfach zu. Bei Blizzard scheint man besorgt, ob man Patch 9.1 von WoW Shadowlands in den nächsten Monaten fertigstellen kann. Das will Tauli aus dem Gespräch mit einem Blizzard-Mitarbeiter erfahren haben. Tauli ist einer der ersten Twitch-Partner und WoW-Veteranen, der seit Jahren sehr gute Verbindungen zu Blizzard hat. Laut dem Gespräch mit den Entwicklern gestaltet sich die Arbeit an Patch 9.1c. Natürlich will man, dass Shadowlands eine grandiose Erweiterung wird, aber selbst der Release von Shadowlands wurde gerade so gestemmt. An den Verzögerungen ist sicherlich auch die Pandemie schuld. Zwar hat man bei Blizzard versichert, dass viele Kollegen im Homeoffice alles haben, was sie zum Arbeiten und Kommunizieren mit den anderen Abteilungen brauchen. In einem Team mit 250 plus Mitarbeitern wird jedoch nicht ganz alles so reibungslos ablaufen wie in den Büros in Irvine. Ja, da merkt man halt schon mal, Corona anscheinend und das ganze Homeoffice sollen hier ein großes Problem auf jeden Fall darstellen, was einfach den Release-Termin von 9.1c. im Wege steht. Man merkt es ja auch, es ist noch gar kein PTR überhaupt erschienen. Das heißt, auch da haben wir sowieso schon mal noch eine ganze Menge Zeit vor uns. Gehen wir jetzt einfach mal nur gesponnen davon aus, dass wir vielleicht im April oder auch im Mai im PTR hätten. Sogar dann wäre 9.1c. sehr, sehr spät erst im Endstadium zum Release überhaupt fertig. Und das ist natürlich halt einfach sehr hart. Viele Leute sagen sich ja jetzt schon, okay, was soll ich überhaupt noch machen? Ich habe meinen Keystone Master, ich habe einfach hart geradet, ich habe meine ganze PvP-Season soweit abgeschlossen, wie es kam. Und es kommt einfach kein Content nach und die Leute gehen diesbezüglich natürlich auch einfach und kehren W.W. Leider in der Hinsicht den Rücken und das ist natürlich extrem hart. Und wir hoffen natürlich halt einfach, dass 9.1c. schnell kommt. Aber wie gesagt, ich hatte da auch einen Bericht letztens gelesen. Wenn ich den finde, werde ich den ebenfalls auch mal bekannt geben. Da war irgendwie die Rede auch von Insider-Informationen, dass man hier erst davon ausgeht, dass erst ein BC kommt und 9.1c. wegen den ganzen Arbeiten sehr sich verzögert und erst im Spätsommer 2021 überhaupt erscheinen soll. Gehen wir davon aus, dass das vielleicht Juli, August irgendwo so wäre. Das wäre einfach sehr hart, wenn man so lange natürlich keinen Content hat. Und dann gehen wir hier einfach mal weiter in dem Text, was wir hier noch entnehmen können. Wie wir bereits in unserer Kolume zum Tapferkeitspunkt Timesync erwähnt haben, ist Patch 9.1 von WoW Shadowlands überfällig. Ein X1-Patch lässt nach Release in der Regel nicht länger als vier Monate auf sich warten. Mittlerweile sind aber fast fünf Monate vergangen und es wurde noch kein PTR aufgesetzt, der mindestens vier Wochen laufen sollte. Daher merkt man auch schon, noch kein PTR. Gehen wir einfach, wenn man wirklich sagen würde, Mai, Juni würde ein PTR kommen. Das heißt dann nochmal vier Wochen ungefähr läuft dann der PTR und dann erst ein Monat sozusagen nach der Veröffentlichung des PTRs würde dann erst 9.1 erscheinen. Im Clip spricht Tauli an, dass es durch die Verzögerung im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass am Ende der Erweiterung Content gestrichen werden muss. Denn normalerweise würde Patch 9.1 jetzt verleased werden und die Arbeiten an Patch 9.2 könnten beginnen. Stattdessen scheint man noch mitten in der Planung für Patch 9.1 zu stecken. Am Ende der Erweiterung könnte das dazu führen, dass wir kein Patch 9.3 bekommen werden. Das letzte Mal war das in Warlords of Draenor der Fall. In Warlords of Draenor bekamen wir nur eine abgespeckte X1-Patch und ein Finals-Update blieb komplett aus. Wie Tauli sagt, kann man nur hoffen, dass viele Mitarbeiter in Zukunft schnell geimpft werden und sich voll in die Entwicklung von Patch 9.2 stürzen können, um Shadowlands am Ende so gut wie möglich zu machen. Ja, da sind wir jetzt alle erstmal natürlich auf das Schlimmste vorbereitet und ich wollte euch das natürlich auch mal mitteilen, denn auch hier in meiner Community und an alle, die jetzt hier auch gerade dieses Video natürlich schauen, auch im Livestream bekomme ich es auch immer wieder mit, dass Leute sagen, oh Brocken, 9.1 wäre jetzt halt endlich mal was oder soll ja wieder ein neues Mega-Dungeon kommen, sowas in die Richtung wie Mechagon, wäre einfach nice. Neuer Raid-Content, neue Season, alles wäre einfach nice und da stimme ich euch auch zu. Ich selber kann das von vielen von euch natürlich auch nachvollziehen. Ihr habt euren Keystone-Master, ihr habt vielleicht auch schon den Raid-Content im HC-Multi-Clear und habt auch sehr viel mit eurer Gilde vielleicht auch schon ein Mythisch-Content gemacht, ob es jetzt Clear ist oder nicht. Und ihr möchtet natürlich auch neuen Content einfach haben, eine neue Season wieder starten, um nochmal wieder zu gucken, was ist der neue Season-Afix für die Mythisch-Plus-Dungeon und Co. Verstehe ich, voll und ganz. Und ich finde es auch sehr, sehr schade natürlich, dass es jetzt sehr lange auf sich warten lässt mit 9.1. Würde aber diesbezüglich auch einfach mal gerne eure Meinung dazu wissen. Wie seht ihr das Ganze? Sagt ihr selber auch, es ist mega bad, auch in eurer Sicht einfach, euch langweilt der Content, den ihr jetzt aktuell mit einem Patch 9.0.5 habt? Oder sagt ihr, es ist okay, lieber warte ich noch ein, zwei oder auch drei Monate bis 9.1 rauskommt und dann ist es richtig gut? Oder würdet ihr eher sagen, ich würde mich jetzt freuen, wenn jetzt neuer Content endlich da wäre, den ich bestreiten kann, wo ich einfach wieder was machen kann? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, eure Meinung diesbezüglich würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten, wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen. Und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit jetzt gerne rechts außen einfach auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufen, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.